Herzlich Willkommen zum Videoblog Grundls Gründe! Was ist heute das aktuelle Thema? Nun, Sie haben vielleicht den Streit zwischen Jürgen Klopp und Jupp Heynckes mitbekommen. Jürgen Klopp hat Jupp Heynckes oder Bayern vorgeworfen, dass sie sich das Beste zusammen kaufen, Ideen klauen und dadurch ihre Vormachtstellung im Grunde ergaunert hätten. Ein interessanter Punkt. Warum hat er so hohe Wellen geschlagen? Nun, zum Eines ist es sicher so, dass Bayern München das Geld hat, sich die besten Talente zusammen zu kaufen. Aber in der Vergangenheit hat es sich öfter gezeigt, dass das eben nicht ausgereicht hat. Jetzt haben sie einen Trainer mit Jupp Heynckes, der es scheinbar hinkriegt, aus diesen teuren Talenten eben noch mehr rauszuholen. Und die Spielweise soll er auch kopiert haben. Ist das verwerflich? Nun, darauf später mehr. Erstmal zu Jürgen Klopp. Warum seine Kritik? Ganz einfach. Wer Jürgen Klopp kennt, weiß, er will gewinnen. Und in dem letzten Jahr hat das Trio Watzke-Zorg Klopp ein fantastisches Ergebnis mit Borussia Dortmund hingelegt. Und dieses Jahr, Bayern ist enteilt in der Meisterschaft und da kam es zu Showdown im Pokal. Und das war natürlich spannendes, intensives Spiel. Am Schluss gewinnt Bayern 1 zu 0. Und im Grunde ist jetzt die Vormachtstellung, die Dortmund hatte, wieder in die Hände der Bayern gegangen. Das mag Klopp natürlich überhaupt nicht. Im Nachgang ist er frustriert und er sucht natürlich nach Gründen. Nun, was Dortmund bis jetzt so fantastisch gemacht hat, ist, dass sie immer wieder Ideen bekommen haben, wie sie dem Bayern einen Schritt voraus sein können. Durch Spielkultur, durch Einstellung, durch viele andere Themen. Und hier hat Bayern jetzt aufgeholt. Im Grunde ist die Nachricht an Jürgen Klopp, ihr müsst wieder weiter vorausdenken. Denn innerhalb von ein, zwei, drei Jahren wird Bayern aufholen. Nun, das hat Schweinsteiger auch im Interview nach dem Pokalfight gesagt. Er hat ganz eindeutig gesagt, dass sie Dortmund dankbar sein müssen. Warum? Sie mussten über sich selbst neu nachdenken und neu erfinden. Hier haben wir den Wettbewerb, der auch in der Wirtschaft tobt, ganz klassisch vor Augen. Wir nehmen uns etwas vor. Wir wollen etwas erreichen. Wir haben ein Ergebnis. Ist es eine Niederlage? Müssen wir nachdenken, was wir ändern müssen, um zum Ziel zu kommen. Deswegen heißt eine Niederlage nicht Nein, sondern sie heißt immer noch nicht oder so nicht. Im Fall von Jürgen Klopp heißt es so nicht. Ihr müsst wieder weiter nach vorne denken. Es war im Grunde genommen also kein Plagiat, sondern eine clevere Art, das Beste zusammenzuklauen. Und hier gibt es immer zwei Alternativen. Entweder wir sind strategisch vorneweg und haben die besten Ideen oder andere kommen und kopieren sie. Deswegen ist man entweder einer, der vorneweg geht oder einer, der mit Geld hinterher geht. Ich denke, beides ist nicht verwerflich. Die Frage ist nur, was machen wir? Ich möchte Sie nur aufrufen, wirklich die besten Ideen, die besten Ergebnisse, die Menschen so produzieren, sei es in ihrem beruflichen Wirken, sei es in ihrem familiären Wirken, sei es in ihrem ganz nahen privaten Umfeld, im Freundeskreis oder auch auf der gesellschaftlichen Ebene zu kopieren und zu schauen, dass sie damit ihre eigenen Ergebnisse verbessern. Ich nenne das Rosinenpicken. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß beim Rosinenpicken.